Tja, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Crisis 2. So, das letzte Mal habt ihr nicht mehr mitgekriegt, wie ich hier den Hügel hoch bin, also habe ich das Ganze schnell nochmal gemacht. So, dann war ich zu schnell und habe einen Strafzettel erhalten. Naja, das ist ja auch klasse. Da wäre dann der Kontrollpunkt gewesen, aber es hat mir einfach nicht gereicht. So, was haben wir hier noch? Munition, brauchen wir nichts mehr, sind wir mit allem voll ausgestattet. Okay. Okay. Also, sollten wir uns hier vielleicht mal umschauen. Weg zur Sache hier. Wie, der schießt auf mich, der kann mich doch gar nicht sehen, der Spinner. Nachladen. Panzer. Weg. Nachladen. Aufladen. Und ein paar Granatos werfen hier. Oh. Da meint es aber böse Einer mit uns hier, oder? Ja, wie sehe ich das auch? Ein dicker Fisch. Ein dicker Fisch, ein dicker Fisch. Erstmal hier rein. Nachschub aufnehmen. Da, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Komm her, du blöd Mann. Ich krieg dich. Da ist keine Chance. Wechsel. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah, ich sehe dich. Der ist schon etwas furchteinflüseln, als ihr auch noch her. okay heute nehmen und jetzt gibt es den final cut ja weg mit dir also den haben wir erledigt auch genau weggebritzelt auf meinem rader sehe ich keinen mehr da waren wir vorhin keine nanocuts mehr hier ist eine kiste das trifft sich gut nicht mal im rader glauben kann ist hier kein gegner mehr zu sehen in der nähe sparen wir uns die energie und rollen uns mal hier auf na komm so schauen wir was uns erwartet jetzt hier ich benutze ungern billige analogien zur fauna der erde hauptsächlich weil ich dann wie nathan gut klingen würde aber womit wir es hier zu tun haben entspricht vermutlich der grad der alien infizierung dieser tunnel ist wahrscheinlich ziemlich hoch finden sie und seine männer ich habe den kontakt zu ihnen verloren als sie das urban system betreten haben aber sei vorsichtig sie müssen da in einem stück wieder rauskommen nein das wollte ich doch nicht das wollte ich die hat sich geschaut gehen wir doch mal einfach hier schauen wir uns ganz vorsichtig um da höre ich doch was das scheint ein feuer zu sein feuer frei weg mit dir ja gammeliges alien kom wo bist du alter stinker da bist du da bist du na kominatisch auf ok Und noch weiter Jungs, ich grille euch hier. Ach, was geht hier denn? Oh ja. Jetzt wird meine Energie langsam knapp. Ich sollte ihn jetzt langsam verleihen. Okay, abgebrezelt, den Kumpel. Ich muss immer schön die Nano-Katalysatoren einsammeln. Ah, Munition. Munition ist immer gut. Pan-Modus. Schauen wir mal, ob wir uns hier einen Überblick verschaffen können. Oh. Na, klasse. Ich wollte ihn einfach eigentlich greifen. Oh, da habe ich ihm leider einen Megatritt verpasst. Also, da müssen wir das Ganze nochmal machen. Machen wir wieder mal den Schnellgang. Ja. Ja. Sie müssen da in einem Stück wieder rauskommen. Ja, du Spinner. Wo gehst du hin? Ja. Du kannst nicht. Gar nichts kannst du. Matsche-Pampe. Hm, jetzt wird die Moon knapp. Da hinten. Dann seh ich doch noch ein. Komm her, du Spinner. Okay. Ich brauche hier keine taktische Option. Ich brauche hier brachiale Gewalt. Ich höre es hier doch rumstiefeln. Aber wo? Vergiss es. Grillfleisch. Okay, den haben wir auch gedrillt. Okay, den haben wir auch gedrillt. Ja, schauen wir mal, was hier noch alles rumläuft. Ja, bleib entspannt da hinten. Ja, bleib entspannt da hinten. Ja, bleib entspannt da hinten. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. So, ein auf. ist das okay auch genau wie erledigt wo müssen wir lang da geht es weiter da geht es doch weiter ok was auch immer das mal war das bringt uns gar nichts mehr leute wir haben einen kontrollpunkt erreicht das heißt ich beende die session heute mal wieder ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder heißt let's play Crysis 2 ciao oratorgy harry